Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa afdalus salatihi wa atammu taslim Ala nabina muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Wie gesagt Oder wie besprochen Wollen wir Ein wenig über die Bismillahirrahmanirrahim Wasifatuh Sprechen Und Dieses Thema Dieses Thema kann auf Verschiedene Arten Weisen angegangen werden Je nachdem Was eigentlich Ich sag's mal so Was dem Welcher Welche Vorsätze Diesem Unterfangen unterliegen Ähm Und grundsätzlich Kann man das Dann in zwei Richtungen Lenken In der einen Richtung Und das ist Der Teil Der Äh Einen Großen Ein Großen Teil Des theologischen Diskurses Innerhalb der Islamischen Äh Geschichte Geprägt hat Nämlich Fragen über die Essenz Der Äh Göttlichen Attribute Was Was davon Möglich Ist Was nicht Möglich Ist Und Kann Gott Attribute Haben Die In sich Ähm So was wie Eine gewisse Veränderung Mit Sich bringen Also eine Veränderung Erfordern Ja Oder hat Gott nur So was wie In Anführungsstrichen Statische Eigenschaften Was ist der Unterschied Zwischen Der Bezeichnung Und Dem Bezeichneten Also gibt es Ist Die Wenn wir So ein Gottes Namen Sprechen Ist der Name Das Bezeichnete Selbst Oder Nicht Und wenn Ja Dann stellt Es die Frage Sind Diese Namen Gottes Erschaffen Sind Sie Nicht Erschaffen Und auch Die Frage Mit den Worten Gottes Die Göttlichen Worte Die Göttliche Sprache Ist das Ein Attribut Allah Ta'alas Und wenn es ein Attribut Gottes ist Äußert Es sich Auch In Verbaler Form In Form Von Gesprochener Sprache Oder Ist Diese Sprache Dann Die Von Gott Gesprochen Wurde Äh Etwas Erschaffen Es Und so Weiter Diese ganzen Theorie Diese ganzen Theologischen Fragen Äh Diese Spekulative Theorie Die hat Ein Großteil Ein Großteil Der Islamischen Theologie Und Des Islamischen Des Islamisch Theologischen Diskurses Geprägt Und Nicht Wenige Strömungen Sind Basierend Auf Diese Fragen Entstanden Also Fragen Die Sich Explizit Äh Und Das Göttliche Wesen Die Beschaffenheit Essenz Des Göttlichen Wesens Und Seine Attribute Behandelt Haben Das Ist Ein Ansatz Das Ist Der Theologische Ansatz Das Heißt Wie soll ich es erklären Es ist So wie sich die Praxis und der Bauch Entwickelt hat Sehr trocken Geworden Es ist einfach Es sind einfach Trockene Informationen Es sind einfach Extrem Auf Rationalität Und Erforschung Der Nussos Ausgerichtete Untersuchungen Von Thematiken Die Eben Mit Diesem Thema Zu Tun Haben Das Ist Die Eine Seite Die Andere Seite Das Ist Das Was Ich Den Spirituellen Ansatz Genannt Habe Der Spirituelle Ansatz Ist Übrigens Immer Geprägt Von Dem Theologischen Ansatz Man kann Das Nicht Voneinander Trennen Ja Der Derjenige Der Das Thema Anspricht Das Thema Unterrichtet Oder Die Nameneigenschaften Allahs Unterrichtet Der Mag Es Für Seinen Zuhörer Trennen Können Sodass Der Zuhörer Dem Zuhörer Überhaupt Kein Wie soll Ich Sagen Dass Er Überhaupt Nicht In Berührung Kommt Mit Den Theologischen Teil Sache Ist Aber Mein Umgang Mit Gehen Soll Und So Weiter Ist Geprägt Von Meinen Ich Nenne es Es Mal Von Meinen Voreingenommen Heiten Beziehungsweise Von Meinen Positionen Einstellungen Zu Bestimmten Themen Eben Eben In Diesem In Diesem Theoretischen Lager Das Heißt Die Dinge In Der Realität So Wie Sie Sind Sind Sie Miteinander Auf Gewisse Art Weise Verflochten Ja Sind Miteinander Verwoben Man Kann Das Nicht So Ganz Trennen Aber Ja Ein Jemand Der Ein Ich Sag Mal So Ein Redner Oder Ein Khatib Oder Jemand Der Unterrichtet Der Kann Das Natürlich Für Seine Audienz Fertige Ergebnisse Und Produkte Zu Dieser Sache Nach Ein Bestimmtem Schema Präsentiert Das Ist Nicht In Allen Fällen Immer So Das Heißt Es Gibt Natürlich Auch Viele Wie So Ich Nennen Viele Gemeinsamkeiten Unbestreitliche Und Unbestrittene Tatsachen Die Eine Gemeinsame Grundlage Bilden Bei Sämtlichen Muslimen Egal Wie Weit Sie Nach Rechts Oder Links Gegangen Sind Oder Wie Nah Sie Sich Zu Der Nennen Wir Es Der Mitte Befinden Ja Aber Der Spirituelle Ansatz Der Zielt Der Beabsichtigt Beabsichtigt Eigentlich Etwas Ganz Anderes Eigentlich Das Eigentlich Das Was Die Namen Und Eigenschaften Allah Ta'ala Auch Tun Sollen Nämlich Sie Sollen Menschen Mit Allah Ta'ala Bekannt Machen Und Eine Emotionale Bindung Eine Emotionale Eine Geistige Eine Spirituelle Eine Rationale Bindung Und Abhängigkeit Bewusste Abhängigkeit Zu Allah Ta'ala Schaffen Ein Bewusstsein Über Allah Von Daher Ist Es Eigentlich Das Beste Was Man Machen Kann Die Beschäftigung Das Sich Beschäftigen Mit Den Fragen Dreht Darum Was Ich Ich Ja Nie Der Er 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 Gesagt Hab Das Dass Ich Das Bisschen Ein Bisschen Anstrengend Finde Einfach Aus Dem Grund Weil Wir Reden Hier Über Etwas Wir Reden Hier Wenn Wir Über Die Namen Und Eigenschaften Allah Ta'alas Reden Und Allah Ta'ala Beschreibt Seine Eigenschaften Wie Folgt Er Sagt Wallillah Al-Asma Al-Husna Fada'u Hu Biha Allah Sind Die Allerschönsten Namen Zu Eigen Darum Ruft Ihn Durch Sie Oder Mit Ruft Ihn Mit Diesen Namen An Ruft Ihn Mit Diesen Namen An Oder Auf Das Heißt Es Ist Die Größte Manifestierung Der Schönheit Selbst Allahs Wesen Ist Das Schönste Wesen Seine Namen Eigenschaften Sind Somit Die Schönsten Namen Und Eigenschaften Und Das Darüber Zu Sprechen Sollte In Einer Zumindest Dem Menschen Den Menschlichen Fähigkeit Oder Entsprechenden Menschlichen Fähigkeiten In Einer Adäquaten Äh Schönen Fein Geschliffenen Sprache stattfinden Man mag sich vorstellen Wenn Jemand Über Wenn Jemand Über Eine Bedeutende Sache Über Eine Unheimlich Schöne Sache Im Straßenslang Spricht Auch Wenn Diese Schöne Sache Keine Schuld Daran Trägt Aber Irgendwie Mindert Die Arten Weise Wie Darüber Gesprochen Wird Doch Beim Zuhörer Schon Den Wert Davon Und Schmälert Es Oder Verhöhnt Es Auch Irgendwie Bewusst Oder Unbewusst Aus Diesem Grund Heraus Finde Ich Das Äußerst Schwer Eigentlich Es Ist Sehr Schwer Ähm Zumal Ich Auch Nicht Diese Poetische Emotion Unionsvolle Und Feingeschliffene Sprache Habe Die Diesem Thema Oder Diesem Unterfangen Gewachsen Ist Aber Dann Habe Ich Mir Gedacht Ich Sag Nicht Dass Ich Das Nicht Gerne Mache Aber Es Fällt Mir Einfach Ich Weiß Nicht Aus Den Gründen Die Ich Genannt Habe Etwas Schwer Etwas Für Sich Selbst Zu Erkennen Und Wahrzunehmen Ist Anders Als Es Auch Dann In Gerechter Sprache Und Akkurat Und Wie gesagt Oder 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 Findet Ein Weg In Dieser Hinsicht Ist Es Natürlich Eine So Ich Sagen Eine Eine Nima Eine Gnade Allah Ta'anas Dass Man Über ihn Sprechen Kann Und Die Möglichkeit Hat Über Seine Namen Eigenschaften Zu Reflektieren Das Ist Eine Gnade Allah Ta'anas Die Wiederum Ähm Neuen Dankes Wie ein Arabischer Dichter Sagt Er Sagt Was So viel Bedeutet Wie Wenn Meine Dankbarkeit Für Die Gnade Allahs Mir Gegenüber Eine Gnade Ist Also Die Dankbarkeit Meine Dankbarkeit Gegenüber Allah Ist Eine Gnade Allahs Mir Gegenüber Wenn Meine Dankbarkeit Für Die Gnade Allahs Mir Gegenüber Eine Gnade Ist Dann Muss Ich Ihm Dafür Dankbar Sein Dass Er Möglicht Hat Dankbar Zu Sein Wie Kann Man Jedoch Dankbarkeit Erreichen Wenn Nicht Durch Seine Gunst Und Wenn Die Tage Lang Sind Das Leben Anh Man Könnte Das So Formulieren Wenn Allahs Gnade Mir Erwiesen Ist Dankbarkeit Das Höchste Gut Doch Wie Kann Ich Sie Erreichen Wenn Nicht Durch Seine Huld Und Mut Aus Dieser Warte Betrachtet Ist Natürlich Wie Gesagt Ein Nicht Nur Ein Schönes Thema Wenn Man Es Richtig Macht Und Gut Verpackt Und Weiß Wie Man Sorgfältig Damit Umgeht Das Ist Auch Eine Wichtige Sache Sorgfältig Damit Umzugehen Es Ist Ein Sehr Schönes Thema Aber Umso Mehr Gefahren Birgt Es In Sich Und Umso Größer Ist Jeder Fehler Der Hierin Begangen Wird Du Redest Über Die Du Redest Über Die Über Das Absolut Größte Was Es Gibt Und Du Redest Über Die Größte Tatsache Der Religiösen Botschaften Ein Fehler Hierin Ist Nicht Wie Ein Fehler In Anderen Dingen Die Sage Ich Mal Nicht So Relevant Sind Und Dementsprechend Birgt Das Thema Auch Gefahren Nutzt Man Es Richtig Und Tut Man Es Richtig Ist Es Aber Auch Ein Umso Größeres Instrument Auch Menschen Zu Erreichen Und Menschen Zu Fassen Und Zu Packen Menschen Zu Bewegen Wenn man Nämlich Betrachtet Dass Heutzutage Insbesondere Die Jüngere Generation Fast Ausschließlich Von Negativität Umgeben Ist Selbst Wenn es Religion Ist Es Ist Betrübend Zu Sehen Das Heutzutage Wie gesagt Insbesondere Die Jüngere Generation Fast Ausschließlich Nur Von Negativität Umgeben Ist Selbst In ihrer In ihrem Religiösen Leben Sie Beschäftigen Sich Mit Unbegründeten Argumenten Mit Klatsch Und Nutzlosem Gerede Wodurch Sie Zeit Und Energie Verschwinden Und Eigentlich Abkommen Von Dem Originellen Ziel Der Des Religiösen Bewusstseins Nämlich Dem Dem Gedenken Dem Zikr Dem Gedenken An Allah Ta'ala Und Diese Gewohnheiten In denen sich In denen sich Viele Von Uns Verfangen Haben Sie Sind Wie Eine Sucht Die Schwer Abzuschütteln Sind Und Interessanterweise Sind Sie Auch Wie Ein Rauschmittel Das Menschen Dazu Veranlasst Gegen Entgegen ihrer Vernunft Und Rationalität Sprechen Handeln Zu Lassen Deswegen Ist Das Eigentlich Das Gegenmittel Dazu Dass Man Das Macht Was Das Eigentliche Ziel Der Religion Ist Das Eigentliche Ziel Der Religion Des Dien Ist Es Sich Auf Allah Zu Konzentrieren Das Ist Die Eigentliche Das Eigentliche Ziel Der Religion Jegliche Religiöse Praxis Jedes Ritual Hat Hat Das Zum Ziel Dass Der Mensch Sich Auf Allah Konzentriert Dementsprechend Dient Das Nicht Nur Als Ein Heilmittel Ich Meine Die Beschäftigung Das Konzentrieren Das Konzentrieren Auf Allah Das Dient Nicht Nur Als Heilmittel Gegen Negative Gedanken Und Vorstellungen Sondern Eigentlich Schafft Es Auch Erleichterung Für Alle Probleme Und Sorgen Des Lebens Das Gedenken An Allah Beruhigt Stärkt Schafft Resilienz Kultiviert Kultiviert In ihm Tugendhaftigkeit Im Menschen Mildert Ungeduld Vertreibt Depressionen Und Verzweiflung Aber Wie will man Denn jemanden Gedenken Den man Nicht Kennt Wie will man Jemanden Gedenken Über Den man Keine Ahnung Hat Wie will Man An Jemandem Hängen Oder Glorie Und Herrlichkeit Für Jemanden Oder Von Jemanden Fühlen Wenn man Sich nicht Bewusst Ist Über Die Ursachen Seiner Glorie Seiner Herrlichkeit Und So Weit Deswegen Das Gedenken An Allah Und Wir Gedenken Allah Durch Seinen Namen Und Seine Eigenschaften Anders Gedenken Wir Nicht Wie soll Man Anders Gedenken An Allah Das Wesen Machen Seine Eigenschaften Seinen Namen Aus Also Ist Das Gedenken An Allah Ein Wichtiger Aspekt Unseres Lebens Als Muslime Und Das Interessante Ist Eigentlich Eigentlich Mal So Genommen Ist Und Ich rede Auch Nicht Von Subtilen Details Ich rede Jetzt Einfach Von Dem Dieses Bewusstsein Über Die Gegenwart Allah Und Das Grobe Bild Das Ein Mensch In seinem Kopf Hat Von Der Göttlichkeit Allah Und Das Damit Einhergehende Gedenken Allah Es Ist Eigentlich Extrem Einfach Und Zugänglich Für Jeden Unabhängig Von Voraussetzungen Oder Verfahren Die Türen Allah stehen Jederzeit Offen Und Auch Unabhängig Darum Ob Wir Gerade Eine Tugend Verrichtet Haben Oder Ein Laster Hinter Uns Gebracht Haben Und Auch Alter Macht Keinen Unterschied Das Gedenken An Allah Ist Gleichermaßen Für Jung Alt Reich Und Arm Stark Und Schwach geeignet Denn Alle Sie Sind Von Allah Gleichermaßen Abhängig In Zeiten Der Not Und Der Sorgen Können Wir Uns Auf Allah Verlasten Und Trost Und Stärke In Seinem Gedanken Finden Aber Aber Auch In Zeiten In denen Es Gut In denen Es Uns Gut Geht Können Wir Dadurch Die Vervielfachung Unseres Wohlbefindens Herbeiführen Deswegen Sagt Ich glaube Diese Worte Sind Von Ali Ich bin mir aber Nicht Sicher Es Wird Ihm Zugeschrieben Jedenfalls Wenn Ich Mich Nicht Ire Er Sag Das Ist Ein Sehr Interessanter Aspekt Er Wähnt Dass Eigentlich Der Mensch Also Ich Sag Es Einmal So Was Was Der Inhalt Ist Und Dann Nenne Ich Seine Worte Dass Der Mensch Seine Eigene Gesundheit Und Auch Seinen Untergang Immer In Sich Selbst Mit In Sich Selbst Trägt Dass Es Sich In Ihm Befindet Seine Krankheit Aber Auch Seine Gesundheit Er Sagt Deine Heilung Liegt In Dir Auch Wenn Du Es Nicht Siehst Deine Krankheit Kommt Ebenso Von Dir Auch Auch Wenn Du Es Nicht Spürst Und Du Glaubst Du Seist Ein Kleines Wesen Ein Kleiner Körper In Dieser Welt Unbedeutende Materie Und Du Glaubst Du Seist Ein Kleines Wesen Doch In Dir Verbirgt Sich Die Ganze Welt Bevor Bevor Mit Den Eigentlichen Namen Allah Ta'alas Und Die Damit Verbundenen Eigenschaften Eingehen Möchten Wir Ein paar Kleine Allgemeine Feststellungen Dazu Machen Jeder Name Wirkt In Sich Eine Oder Mehrere Eigenschaften Aber Nicht Jede Eigenschaft Nicht Aus Jede Eigenschaft Allah Ta'alas Wird Ein Name Abgeleitet Aber Das Kommen Wir Später In Schauen Jedenfalls Wenn Du Dich Wenn Du Die Zeit Nimmst Und Über Die Namen Allah Ta'alas Nachdenkst Dann Wirst Du Zu Einer Sehr Überraschenden Erkenntnis Kommen Nämlich Du Wirst Feststellen Und Wie Gesagt Ich Rede Hier Ich Hab Das Bewusst Eben Erwähnt Namen Und Eigenschaften Sind Zwei Verschiedene Dinge Wir Reden Gerade Von Den Namen Allah Ta'ala Wenn Du Dir Die Namen Allah Betracht Ist Dann Wirst Du Feststellen Überraschender Weise Kein Einziger Seiner Namen Fokussiert Sich Auf Seine Strafe Seinen Zorn Seine Wut Oder Dieses Gleichen Stattdessen Finden Wir Namen Die Seine Barmherzigkeit Seine Liebe Seine Güte Ausdrücken Andere Die Sein Wissen Seine Weisheit Ausdrücken Und Dann Solche Die Von Seiner Größe Und Majestät Sprechen Solche Die Von Seiner Schöpferkraft Und Vorsehung Sprechen Andere Die Von Seine Gottlichkeit Sprechen Der Barmherzige Der Gütige Der Vergebende Die Quelle Des Friedens Der Spender Der Versorger Der Gütigste Der Liebende Aber Du Wirst Nicht Eigentlich Namen Finden Wie Der Wie sagt Man Wie Al Muazzib Der Bestrafer Oder Es gibt Keinen Namen Allahs Der Der Artige Bedeutung Trägt Der Hesha Gibt es Nicht Es gibt Diese Namen Nicht Ja es Gibt Diese Eigenschaften Es Gibt Eigenschaften Das ist Eine Eigenschaft Aber Es Gibt Nicht Diese Namen Und Auch Der Ausdruck Im Koran Das Das ist Kein Name Allahs Bedeutet So was Wie Der Streng Im Strafen Ist Das ist Kein Name Allahs Das ist Ein Eigenschaft Wisst Dass Allah Streng Im Strafen Ist Schau dir Auch Dir Diese Formulierung An Das ist So Diesen Unterschied In Der Formulierung I'lamu An Allah Shadeed Al Iqab Wa An Allah Ghafur Un Rahim Wisset Dass Allah Streng Im Strafen Ist Und Dass Allah Ghafur Un Rahim Ist Barmherzig Vergebend Vergeben Und Barmherzig Bei Jedenfalls Wie gesagt Hierbei handelt Es sich nicht um eine Eigenschaft Allahs Sondern Ne Um einen Namen Allahs Sondern um eine Beschreibung Der Der Strafe Allahs Beziehungsweise Um eine Eigenschaft Allah Ta'ala Ist nämlich Dass er auch Bestraft Aber wir sehen Das auch Im Koran Selbst wenn es um die Eigenschaften Allahs geht Sehen wir Immer Dass eine Dass ein Gewisses Wie soll ich Sagen Ein gewisser Ausgleich Dazu Geschaffen Wird Immer wird Dann Die Ander Seite Miterwähnt Du siehst Ganz oft In der Aussage In der Sura In der Aussage Allahs Teile Meinen Dienern Mit Dass ich Der Vergebende Der Barmherziger Bin Auch hier sieht man In der Formulierung Diesen Unterschied Und Dass meine Strafe Die Schmerzhafte Strafe Ist Wir sehen Einmal Diesen Ausgleich Und Auf der Anderen Seite Sehen wir Dass Die Ausdrucksweise Anders War In dem Ersten Teil Oder In dem Ersten Vers Heißt Es Ja Die Teilen Meinen Dienern Mit Dass Ich Der Vergebende Der Barmherzige Bin Im Zweiten Teil Heißt Es Ist Die Rede Von Seiner Strafe Und Nicht Von Ihm Und Dass Meine Strafe Die Schmerzhafte Strafe Ist Und Das Ist Etwas Was Auch Einige Ahle Bemerkt Haben Und Festgestellt Haben Wie Ibn Al-Qayyim Muhayma Allah Ibn Qayyim Allah Nur Die Allerschönsten Sind Die Namen Allahs Beinhalten Nur Die Absolute Schönheit Die Absolute Herrlichkeit Die Absolute Überlegenheit Aber Eigenschaften Die Ich Sag Es Mal So Unter Umständen Gut Und Schlecht Sein Könnten Fallen Nicht Unter Den Namen Allahs Was Heißt Das Wir Sagen Damit Nicht Dass Allah Ta'ala Schlechte Eigenschaften Hat Aber Es Gibt Eigenschaften Die Nicht Per Se Immer Absolute Schönheit Darstellen Die Nicht Immer Positiv Sein Müssten Die Je Nach Umstand In Ordnung Sein Können Oder Schlecht Sein Wenn Wir Vom Bestrafen Sprechen Das Bestrafen Muss Muss Nicht Immer Richtig Sein Es Kann Angemessen Sein Kann Unangemessen Sein Erstmal Unabhängig Von Vom Wesen Von Der Person Einfach Nur Mal Die Eigenschaft Oder Diese Handlung Selbst Ins Auge Genommen Ja Oder Der Sagen Wir Es Mal Zorn Zorn Muss Nicht Immer Schlecht Sein Manchmal Kann Das Fehlen Von Zorn Schlecht Sein Dass Jemand Unberührt Bleibt Emotions Tot Ist Wenn Wir Jetzt Von Menschen Reden Ja Ich Gib Mal Jetzt Ein Etwas Unschönes Beispiel Wenn Die Frau Von Jemanden Vergewaltigt Wird Von Einem Von Einem Menschen Und Der Ehemann Bleibt Dabei Zorn Frei Das Macht Ihn Nicht Das 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 Bringt Ihn Nicht Um Sein Verstand Das Lässt Ihn Nicht Lässt Ihn Nicht Kochen Und Der Bleibt Einfach Kalt Dabei Das Ist Nicht Das Ist Das Fehlen Dieses Zornes Hier Ist Ist Nicht Schön Ist Seltsam Unbegründeter Zorn Ausatmender Zorn Ist Ebenfalls Nicht Gut Das Heißt Oder Nehmen Wir Die Spreche Die Eigenschaft Des Sprechens Eine Ganz Banale Eigenschaft Es Gibt Keinen Namen Allahs Der Übersetzt Werden Kann Als Der Sprechende Ja Aber Das Sprechen Ist Eine Eigenschaft Allahs Nur Ist Das Sprechen Nicht In Jeglicher Hinsicht Eine Vollkommenheit Denn Wer Gutes Spricht Das Sprechen Von Gutem Ist Eine Schöne Eigenschaft Man Kann Aber Auch Schlecht Sprechen Das Heißt Per Se Die Eigenschaft Selbst Ist Einteilbar In Den Namen Unter Namen Allahs Fallen Aber Nur Jene Die Nicht Teilbar Sind Mesh Die Nicht In Zwei Richtungen Gehen Können Das Ist Ein Unterschied Wie Gesagt Den Haben Einige Der Angesprochen Das Festgestellt Genau Eindeutige Richtig Richtig